Zum Schutze vor zu großer Folgen gab es eine Pause, mitten im Rennen. Und jetzt geht's weiter. Und damit hat Onderseits und willkommen zurück bei RackFast. Jetzt bin ich zu weit innen, das gefällt mir gar nicht, aber wir haben gerade einen Riesenvorsprung, da kann ich hier etwas reinrollen. Hier stehen schon vier, ah, noch nicht ganz vier Autos, das eine kann noch fahren, der steht blöd. Wird vielleicht in der nächsten Runde weggeräumt, 8 Sekunden Vorsprung. Das steht an sich auch blöd, was macht ihr hier? Okay. Oh, sechs Runden führen, das kriegt man eigentlich hin. So, schnell nach außen. Das ist kaputt. Wie viele fahren jetzt noch mit? Jetzt nur noch sechs, oder wie, oder was? Wir sind gerade mal in Runde vier. Ein gutes, nur ein gutes Dreiviertelfahrerfeld zieht Runde vier gar nicht. So, die sind noch weit hinten, ich kann schnell hier nach außen fahren. Ob die da gerade in der Schleife fahren sehen, die Zweiten und Co. Gott, wie ihr lang pfeifen, der ist schon gleich kaputt. Gucken, ob das hier ein Eins gegen Eins wird am Ende. Wir und der Zweitplatzierte. Ja, der Auto ist weg, mal gucken, wo es jetzt blöd steht. Das wird Sekunden Vorsprung. Oh, wie ist es aber zu? Ach, der fährt noch. Naja, wie man das als fahren bezeichnen kann. Da haben wir uns die Eins gold, ja, das weiß ich noch. Jetzt sind nur noch vier andere im Rennen. Ach, da steht sogar die Position, jetzt habe ich es mal richtig gesehen. 17 Sekunden Vorsprung, also die Schleife. Da kommt gerade der Zweite an, weit weg, kann ich schnell nach außen fahren. Wobei ich kann... Ah, nee, das war überrundeter. Egal, 11 Sekunden Vorsprung. Die Schleife ist aber immer mehr das Einfachste, um Erste zu werden. Aber auch immer sehr, sehr lustig. Weil es einfach so wahnwitzig ist. Nur noch vier insgesamt drin. 11 Sekunden Vorsprung. Da kommt wohl der Letzte, der hier ewig geschoben hat. Schleife nach außen. Wagenzustand 44 könnte schlimmer sein. Das wollte ich, ja, die Front zieht aus. Jetzt dürfen schon alle hinter uns liegen. Die hinter uns liegen. Also hier haben wir gerade Ruhe. Wenn jetzt noch jemand ausfällt, dann sehen wir das oben. Indem er dann mit dem DNF verzeichnet ist. Der Blaue kommt auch ganz schön spät an. Der ist fast kaputt. Der ist auch fast kaputt. Und der vierte oder dritte, der hat noch am meisten Energie. Aber wir haben am allermeisten und verkacken es gleich. Okay, hier kann ich bedenkenlos fahren. Hier ist keiner mehr, der hier rumrollt. Der vierte ist weg. Noch dreimal rennen. Also ich schlage auf jeden Fall richtig. Mehr als sechs werden wir hier nicht im Ziel sehen. Und die anderen beiden verkacken es bestimmt auch noch. Der hat ganz, ganz wenig Einberührungs... Eumel, Eumel und der ist weg. Und der hat eben noch am meisten... 20 Sekunden Vorsprung. Kaffeefahrt. Ist das Rennen automatisch beendet, wenn... nur noch der zweite im Rennen... Ich kann jetzt mal den Kontakt suchen. Deckdown. Ich bin erster. Muss ich... Ich muss jetzt wirklich noch zu Ende fahren. Och Leute. Ich könnte mich aber auch selbst schrotten. Aber nee. Nee. Wir hätten genug Energie, um das eingehen zu können. Wir müssen doch das Ziel erreichen, sehe ich gerade. Als ob es mir darum ginge. Beste Rundenzeit, eine 54er. Wenn wir da irgendwas unterm Auto klemmen. Oder mit dem letzten Zusammenstoß schleift jetzt ganz besonders was. Vielleicht das linkere Vorderrad. Das linke Vorderrad. Das wird keine beste Runde, glaube ich. Tja, so sieht das aus, wenn nur noch ein Auto fährt. Und wir erleben das Ganze vor Folge 100. Ah, ich denke mal, da ist kein Teil, was unter uns herumschlackert. Das ist einfach das Autowasser herumschlackert. Vielleicht ein Rad, was bei erhöhter Geschwindigkeit zu sehr eiert und dann dieses Geräusch von sich gibt. Ziel reicht es. Mindestens sechs Runden in Führung. Das schlacker Geräusch kommt wirklich ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Das vordere linke Rad ist nicht mehr so weit vorne. Das rechte ist weiter vorne. Wir fahren gleich noch drei Runden. Die Zuschauer werden sich auch freuen. Juhu, ein Auto, was wir hier begutachten können. Der hat auch einen coolen Platz da oben. Habt ihr das gesehen? Der Kranmann. Der hier aber auch. Der hier auch. Direkt an der Schleife. Bislang er kein Teil abbekommt oder gar ein ganzes Auto. Hat echt eine gute Position. So, 54er Runde unterbieten wir. Mit einer 53er. Gucken wir, ob bei der anderen Schleife auch direkt bei der Schleife so ein Kranmann ist. Da außen ja, aber hier innen nein. So, knappe zweieinhalb Runden noch. Das war ein Wandteil, ne? So ein Stück Beton. Toll, Bremsausfall. Bremsenausfall. Ja, merke ich. Bremst nicht mehr. Das Auto brennt. 20er Wagenzustand. Der rollt jetzt noch, aber der steht richtig blöd. Vorletzte Runde. Leicht die Außenwand berührt. Richtig schön für Reifen quietschen lassen. Ich versuche jetzt mal mehr mit der Handbremse zu fahren. Hier natürlich nicht, aber bei den Schleifen. Der steht blöd. Liegt blöd. Der steht auch blöd. Haha, ich fahre auch noch dran. Das wird keine neue Bestzeit. So, und das dann noch weiter nach außen schieben. Ich glaube, ich habe es gar nicht berührt. Na, es war zu viel. Zu weit außen. Noch einmal Handbremsen fahren. Und ein Set mäßig. Na, na. 3,79. Wird nochmal besser, glaube ich. Bei 3,5 hat es aufgehört. Dann 50,6. Jetzt haben wir schon zwei Siege auf dem Konto. Und einen vierten Platz. Wir haben 90 Punkte Vorsprung vor dem Ed. Der Sputt. Und dann immer noch der ultimative Typ. Der ist 18. geworden. Das nächste Rennen wieder 8er vorm Big Rally Speedway. Das ist das Ding mit dieser blöden, einen blöden Kurve. Zur Sicherheit werde ich es nochmal sagen, welcher der Kurven blöd ist. Je nachdem, worum wir überhaupt fahren. Endlich wieder Autos um uns herum. Das war wirklich schon sehr einsam. Also, fahrende Autos. Ja. Der Ausgang der nächsten Kurve. Der ist blöd. Hau ab. Diese Kurve. Das ist die blöde Kurve. Finger weg. Du auch. So zerknittert. Hier würde ich ganz gerne nochmal einen Ticken. Oh, das war knapp links. Noch einen Ticken kürzer besetzen. Aber kürzer geht's nicht. Wir kommen hier gerade mal so in den vierten Gang hier auf. Der Geraden. Oder wir übersetzen so, dass wir gar keinen fünften Gang fahren. Wir bauen einfach einen Gang aus. Ha. Bei der Kreuzung war noch nichts los. Keiner in der Gesamtwertung um uns herum. Wir sind zweiter. Oh Gott. Komm ich zwar nach außen. Wir werden nicht gekreuzt. Gekreuzigt. Die Strecke zum Beispiel verzichtet auf Randsteine. Ist aber auch das innere Oval. Da hat man einfach nur die Strecke abgesteckt. Was machst du denn? Also Reifen mitnehmen. Alles klar. Voll demütiger Typ war da unterwegs. Auf Abwägen. Jetzt würde ich mir meinen zweiten Platz ganz gerne wiederholen. Ab links an der Bande vorbei. Ach, das war gerade ein Schadenspunkt oder so, der uns noch gefehlt hat. Wir standen jetzt bei 499. Kleiner Kratzer und zack, 500. Dere, dere, dere. Das lässt er aber einfach nützlich machen. Und der Grab hat auch irgendeinen Scheiß gemacht. Der war eigentlich souverän auf der 1. Noch haben wir nicht die Halbzeit gesehen. Das fahren auch alle mit. Bei den Geschwindigkeiten hier gibt es halt keine großen Unfälle. Außer halt, man fährt mehrmals zusammen. Dann kann man das ganze Rennen als großer Unfall bezeichnen. Oh, ich musste gegenlenken. Ah, jetzt wird es mir jetzt so ungemütlich bei der Kreuzung. Die sind zu schnell, beziehungsweise die sind zu langsam. Immer noch kein wichtiger in der Gesamtwertung um uns herum. Aber der macht wieder einen Scheiß. Der hätte schön auf die 1 fahren können. Nee, er verkackt's. Leicht angestupst. Trotzdem immer noch kein Thema für uns. Jetzt kann er ihn wieder vorbeiziehen. Macht auch. Der legt sich nicht mit uns an. Legen wir uns mit ihm an. Der Grab kommt wieder vorbei, oder? Ja. Na, oder auch nicht. Aber jetzt wird es aber ungemütlich. Ha, auf der 1. Oh, Kreuzung, Bremsen. Nein. Schnell, weiter, weiter, weiter. 48er Wagenzustand. Oh Gott, so schnell auf der 14. Scheiße. Wie weit kommen wir jetzt noch nach vorne? Das gesamte Mittelfeld ist... Oder das gesamte restliche Feld ist das Mittelfeld. Schon wieder auf der 5. Oh, oh, oh. Ah, beinahe rausgedreht, aber auch nur beinahe. Einer kommt wieder vorbei. Der könnte uns jetzt umdrehen. Fährt auch nach außen. Hm, bin schon auf der Bremse gewesen. Vorsicht, Zahler. So, gleich mal die letzte Runde. Jetzt geht es langsam ernst. Tschüss, Grab. Wir sind auf dem Podium. Stand jetzt. Gucken, ob wir durch reine Fahrleistung noch auf die 2 fahren. Oder ob es jetzt einen Zusammenstoß gibt bei der Kreuzung. Finger weg. Einen Teil weniger, was uns den Wagen schwerer machen lässt. Hui, Teil aufgewirbelt. Was machst du denn? Wir werden dritter. Aber es ist kein Schlimmer vor uns gelandet. Der erste Schlimme ist der Sputt. Und dann der Ed. Der ultimative Typ ist ganz weit hinten. Stil 1 für den Speedbird. Läuft ja wirklich hervorragend, die Serie. Vier Rennen. Und wir stehen weit, weit vorne. Über 100 Punkte jetzt schon Vorsprung. Jetzt fangen wir einfach nur ein Oval. Ein inneres Oval. Dann wieder die kurze Übersetzung. 16,6 Sekunden. Das kriegt man in dieser Folge noch hin. Ich war gar nicht auf ganz kurz. Ich deb. Hab nämlich gerade gedacht, steif. So, da hab ich doch nicht ganz kurz gestellt. Mhm. Schon ist der Abtrieb wieder verloren gegangen. Da ist der ultimative Typ. Und der Grab. Kommen wir aber nicht so wirklich nach vorne. Wir sind immer nur auf der 20. Jetzt nehmen wir den Hilfen Mist mit. So, innen allen vorbei. Auf der 13. Was ist das? Jawohl, dreh ihn. Ziel erreicht. 500 Schaden. Schon wieder. Der Ad ist auf der 1. Naja. Einmal kann er das ja. Und er muss ja erstmal nach Hause fahren. Besten, ich fahr immer innen an den Leuten vorbei. Weil außen kommen sie auf den Gedanken, sich einfach mal nach außen treiben zu lassen. Nach innen fahren, wenn man zu viel Geschwindigkeit hat, das wird schwieriger als einfach, ja. Einfach nach außen rechts in einen reinlenken. Nochmal so nebenbei, Stichwort taktisches Fahren. Der Ad ist noch auf der 1. Wir sind jetzt auf der 9. Jetzt ist halbzeit. Ein gelber Boomer. Nach vorne gibt's Stunk. Jetzt bin ich zweiter raus. Das gefällt mir nicht. Ich bleib wieder innen. Dass jetzt z.B. er oder einer, der genauso schnell ist wie wir, uns innen wegbolzen kann, ist praktisch unmöglich. Denn, um nach innen zu kommen, wenn er gerade gleich so schnell wie wir neben uns fährt, dafür muss er Geschwindigkeit rausnehmen. Und dann fahren wir weg. Nach außen treiben lassen wir es viel einfacher. Einfach die Lenkung öffnen. So, wir fahren gleich noch zwei Runden. Sind schon auf der 6. Und der Jens, der Ad. Ach, der ist hinter uns. Okay. Vielleicht zeigen, dass ich mir auf der 1. Aber, ja, stimmt. Der ist hinter uns. Oder ist er? Jetzt bin ich wieder außen. Das gefällt mir nicht. Gleich noch eine Runde. Ich bin wieder fit zu weit außen. Da macht schon jemand Feierabend. Jetzt wird's mal Zeit zum Reinwerfen. Vierter. Und letzter Kurvenausgang. Ist das noch ein Platz für uns? Nö. Vierter. Nehmen wir auf jeden Fall an. Egal, wer Erster ist. Es war ja auch der Tut. Der war ja nicht nennenswert. Nennenswert ist gar keiner. Aber ich habe mir nicht die Namen gemerkt im Clasmoor. Bin einfach weitergefallen, weil wir einen riesen Vorsprung hatten. Wenn ich jetzt ins Clasmoor schaue, haben wir da neun Namen stehen? Auf den ersten drei Plätzen hinter uns. Mal gucken. Ja, der Death und der Tod ist da jetzt auch. Aber alle weit hinter uns. 145 Punkte Vorsprung vor dem Ad. Hier sind es fast 160. Oh Gott, dann machen wir mal in der nächsten Folge weiter mit... ...Hantelrennen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.